so hallo zusammen willkommen zurück zu meinem nächsten let's play von planet zoo wenn ihr euch noch nicht erinnern haben wir letztes mal die wölf gehack gemacht die sind zufrieden das ist gut wir dann irgendwann mal noch die lüten hinter locken die sind noch recht recht verklemmt davor mal noch eine bessere fressmeile bauen ich glaube das ist das ziel übrigens schreibt doch mal in kommentare schreibt doch mal in kommentare was für ein was für ein stier ihr wünscht dann bin ich das nächste let's play werde ich das dann probieren zu umsetzen wir haben diese Leute für heute nicht einzig machen dann haben wir dann auch mal schauen was die da alles für junge produziert haben dann kommt dann oh ok die demonstration geht jetzt so hoffentlich einen seiterin zählt Schreibt doch in die Kommentare, was für ein Tier ihr wünscht und das wird das übernächste Kecks. Ich nehme an, heute werde ich eins machen. Aber als erstes werden wir noch schnell hier noch etwas Deko rein tun. Was haben wir hier noch etwas Schönes haben, was haben wir hier noch etwas Deko, Garten, was cooles hier noch. Klickstrip. Entschuldigung. Machen wir irgendwo davor. Entschuldigung. Eine Titanenwurz. Das ist auch nicht ein wenig höheres. Irgendwann. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Das passt nicht. Das passt voll. Gras. 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 Das sieht doch gut. Dann gibt es hier noch... Ah, was habe ich jetzt? Entschuldigung. Dann gibt es hier noch einen Mülleimer. Ich müsste den Güssel auch wegrieren. Ich habe hier 12 Stück. Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Was? Also nochmal. Bitte schreibt doch in die Kommentare, was ich als nächstes für ähm... hier machen. Oh. Das machen wir dann im nächsten oder übernächsten Stream. Ja, das ist jetzt ein wenig viel Leid. Schauen wir mal schnell den Strom. Ich glaube, man könnte ihn ein wenig hinter schieben. Bewegen. Bewegen. Ja, eben. Da haben wir ja letztes Mal schon ins Ghetto gegangen. Es ist halt Pause. Ich kann nicht viel Zeit verlämlen. Ich spreche ihn jetzt mal schnell an. Abreissen. Hier liegen wir im Weg. Jetzt kann ich nicht einmal mehr davor bauen. Ah, Mama. Ausser dich, Alter. Das ist ja irgendein Blöde. Natur! Natur pur! Nein, was haben wir da? Wo kann ich jetzt da Gelände nehmen? Kann ich Gräderin, Meißeln, Drücken auf Fundamenthöhe auf Oberfläche abflachen? Ah, gut, das ist ein bisschen klein. Die Höhe. Anpasst aber auf die hier. Ich finde es noch lustig, dass überall gerade Gras wächst. Es ist Gras drüber gewachsen. Ja, gut. Und das Format da. Warum? Wieso gart denn das erst dahinten? Rähbearbeitung fehlgeschlagen. Glätten. 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 Die Sache da. Jetzt geht's. Hä? Was ist denn das Problem? Was ist denn das Problem? Du checkst es nicht. Willst du mir helfen, Spiel? Wieso geht das dann nicht? Gut, das geht sicher nicht. Aber die andere Frage ist halt. Wie fest negativ. Das ist das Wügel aus, egal. Das ist das Wügel aus, egal. Ich mache das. Ich mache das. Das ist das, was ich mache. Ich mache das. Ich mache meld. Ich mache das. Mitarbeiter weg mache ich auch, dass ich dann damit arbeiten kann, aber was ich jetzt nicht machen kann ist irgendwie gut eben okay wenn es nicht auf dem Trottwahr läuft dann gehts okay ja ich gehe im moment unsere Fressmeile ausbauen und grösser machen und denke das machen wir jetzt gerade dran weil das nächste Gehege irgendwie da drücken will ähm sketch hello grüßi grüßi schön bist du da ähm genau das kann jeder dann sagen was es für ein tierchen gibt klar das muss natürlich dann auch verfügbar sein und ich muss es auch können kaufen und zahlen also so ein westafrikanischer Löwe das wird schwierig aber äh ja Filter zurücksetzen aber hier kann ich sie setzen nein irgendwo kann ich doch sagen genau ein paar Geld für die Service dann kommt nur los da können wir dann darüber reden äh können wir dann darüber reden oh ein Jaguar wieder ein Jaguar oh nice Jaguar war noch nice jetzt sogar ein männliches Weibchen okay das war noch nice aber wir schauen jetzt machen wir zuerst mal eine Fressmeile jetzt müssen wir blicken also wir haben überhaupt schon ausgehen aber wir schauen mitarbeite ach das ist eben das von Bermudi das habe ich immer noch nicht gecheckt was wirklich alles drin ist Bermuda chat bitte schreiben hey chat in Kommentar vor allem kostet es mega viel Kommentar bitte schreiben ob da wirklich alles schon drin ist das würde mich noch interessieren so jetzt äh jetzt weisst du was jetzt gehe ich doch gerade mal schnell jetzt gehe ich doch gerade mal schnell in ähm in Workshop aber das seht ihr jetzt nicht he das seht ihr gar nicht so ein Workshop ja jetzt schau mal schnell was es da sonst noch gibt so ein Workshop ja jetzt aber noch ein Workshop und ein Workshop ja das sieht aber noch gut jetzt sieht er auch noch cool aus seht ihr mal abonnieren das sieht wirklich noch cool aus und jetzt ist das glaube ich schon reingenommen dort ja so habe ich es gesehen auf dem Bild Was ist das gewesen? Wie sagen wir das denn? Foodjob? Ja genau, Foodjob. Somal ein bisschen andere Händler, also nicht immer nur die Standard-Dinge. Ah, ich verliebe Workshops. Restaurant. Oh, das sieht cool aus. Das nehmen wir dann auch noch rein. Jetzt ist es eigentlich da auftaucht. Mal schauen, wo es ist. Okay, ich komme wieder zurück zu euch. Ah, so. Das ist der Trink- und Info-Shop, aber irgendwie... Kann ich den noch nicht bauen, ich weiss nicht warum. Und das Restaurant. Das ist der Restaurant. Da. Das kann ich auch noch nicht bauen. Wieso macht das noch nicht? Muss ich das Spiel neu starten? Ich muss mir das noch vorstellen. Weisst du was machen wir jetzt hier noch? Oh, geil. Vorgefertigte... Keig. Okay. Das ist aber schon auch noch speziell. Muss ich ja gar nichts mehr machen. Nein, was ich jetzt eigentlich noch schnell will. Meinst du es überhaupt hat? Ist so... Unterstände vergisst. Ich glaube das jetzt gar nicht mehr. Muss man jetzt rechnen, dass es ein bisschen untersteht. Aber ja. Also, dann müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben. Wahrscheinlich muss ich das Spiel neu starten. Ich kann mir Ihnen vorstellen. Das ist der erste Egal. Also, und zwar machen wir jetzt den Weg. Ich gehe da noch einmal weiter. Das ist der 10 Meter weg. Genau. Wir machen jetzt nicht 10 Meter. Sondern wir machen jetzt mal 8 Meter dick. Timberwolf wird bald Nacktwuchs haben. Nacktwuchs. 8 Meter. Breit. Wollen wir einfach mal so ein Ding sehen. Oh nein. Ah nein. So. Also. Innen. Einrichtungen. Ja, das ist jetzt blöd, dass es nicht geht. Vielleicht muss ich dann wirklich neu starten. Probieren wir uns dem nächsten Let's Play, ob es geht oder nicht. Ein Imbisslarven? Ja, sicher schon mal. Äh. Was ist jetzt das Drehen schon wieder? Nein. 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 Das nicht. Ah ja. Es hat mir das Ziel gar nichts gemerkt, aber. Ihr wisst ja, wie es ist. Äh. Äh. Wo ist das? Spiebe. Das ist der Tour einstelle. Ein Drehen. Üb. 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 Seelen. Das nicht drückt. Ah nein. Einfach nicht. Ja. Also. Dann machen wir einmal. Stimmt, dass sie dann anstehen können. Da braucht sie dann auch ein bisschen Platz. Dann machen wir auf dieser Seite Bänke und so. Und auf dieser Seite ist dann der Anstehen. Weil sie sind nicht auch recht lang angestanden, wie wir jetzt gesehen haben. Kann ich das jetzt so machen? Warte, ist lange. Dann machen wir mal ein bisschen. Dann machen wir mal ein bisschen. Dann machen wir mal ein bisschen. Ich bekomme immer noch ein Rechtsklick, weil ich es einfach beende will. Aber eigentlich könnte es gerade löschen. Also, Imbissstellen dann. Sollen wir noch? Einige Tränke ist jetzt mal noch. Tränke dann eben. Dann... Ein bisschen laden. So. Dann machen wir da noch einen... ...Infoshop? Dann klappt mir gar keinen... Also ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Okay. Okay. Das ist gut schräg. Und... ... 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 Wahrscheinlich braucht es nicht so viel, aber ich mache es jetzt gleich mal. So, hier noch weiter, ich kann sie dann immer noch wegnehmen. So, und jetzt zum Schluss noch. Ein grosses WC, ein grosses WC für grosse Leute. Da müssen sie ja nicht anstehen, das kann ich dazu. So, und jetzt ist irgendwie das passen wir jetzt noch nicht so ganz da. Das war meine Musik, ich habe verschwunden. Entschuldigung. Ähm, irgendwie ist jetzt gerade das Spiel etwas am Hängen. Ja, also. Jetzt bist du gerade ein wenig am Hängen, macht nichts. Ich bin eh, äh, schön gewesen für heute. Also, Fressmiley sind wir ein wenig am Bauen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes das Tier machen können. Und ich schaue schnell für die nächste Episode dann, was da mit dem Workshop los ist. Gut. Wünsche euch ganz einen guten Abend. Nicht vergessen, am Mittwoch gibt's den Stream. Immer ab 8. Schaltet euch ein. Den Link findet ihr irgendwo noch in der Videobeschreibung. Ganz eine gute Nacht. Oder wenn ihr das Video schaut, ein schönes Tag. Oder einen guten Abend. Oder einen guten Morgen. Egal. Wie auch immer. Ich wünsche euch bis dann. Tschüss zusammen.